um mit holen werfen wirst du sagen schreibt kurz nr wozu es sind ziel wird getötet mannen warum bekommen die in jeden kill soll der das ähm es lässt werden jetzt weg Nuss Zelle Alec ich krieg meine Gefahr da oh mein Gott warte ja uff kann ich nicht nutzen hier ist Wolle dann hat er es gehen äh ich habe irgendwie keine Lust dass ich jetzt in ihr einlaufen da hätte ich gerne ich kann auch gerne bei der Schöpfung der Welt dieses Buchstuhl aber ich komme bau da einfach Bäume weiteres kommen n da ist zehn Gäste ich hab drei äh ich hab noch ähm nein ich hab es doch nicht äh ich dachte ich hätte noch einen Stecker glaube ich gar nicht mehr naja er läuft an ihm vorbei um sich zu burnen in Leather er ist einfach an ihm vorbeigelaufen stark das ist die Wete bei welcher Folge bist du gerade? was? am Skowboard Episode was äh Episode 6 jetzt ok ich sieben ja muss mich auf 6 packen oder auf 5 packen er muss den Folge wegnehmen weil du gestorben bist wenn wir mal so spawnen gehen irgendwie nicht so also wir können schon wenn wir das Ziel haben wir können auch wieder ein Nether gehen und uns vor P3 machen ja ja das müssen wir auch machen ja ja das müssen wir auch machen also das gleiche und mehr die Ute die Ute die Städte durch im Jahr zu und der Entsteckung zu wegbauen und ja ich weiß ich kann die Hartmut Körner das Problem ist wenn sie zu zweit sind und nicht zu zweit ausgründen dann hilft die Post bei Bonix oder und aus Bonkamp wo wollen wir ich weiß nicht Indy diese ich weiß nicht ob die Fugel wir haben ja und die Sp3 ist das Ding Naja, es darf Callings halt verboten. Ich weiß. Keine Ahnung, Digga. Banana. Das ist der einzige Gute, ist halt Yuki. Bei den so. Sicher? Das ist ja nur ne... Banana Toggle ist nicht gut in diesem Spiel. Das ist Banana? Ja, das ist Banana. Okay. Was werf ich hier weg? Ich hol mir halt die ganze Zeit Food, ne? Ich hab mir jetzt 27 Food geholt. Was werf ich hier weg? Ja, komm das her. Bist du bei mir? Warte mal, ich hab mir mal... Ich bin gleich bei 1000. Minus tausend. Bei... Minus tausend? Ja. Okay, da kommt ja mal Minus tausend. Und was ist deine zweite Cod? Das ist genau die Cod, die du mir geschrieben hast. Ja, dann komm wieder auf. Ich hab ja. Es kommt ein bisschen weiter, bin ich, aber ich hol mir die ganze Zeit hier Schafe. Nein, ich hab ja die Schafe. Ich hab ja die Schafe glaub ich. Kannst gar nicht sehen, Digga. Ich hab an die. verbrenne die ich bin bei Enkel äh ich komm bist du zu weit gelaufen ja ich bin hinter dir na dann denk ich mal was deine Gätschall macht es auch ja du sieben ich sagst dann müssen wir spawnen gehen und netter gehen ja ich habe auch 10 Eisen jetzt gerade können wir in der Liga und geht dann mal in Combat-Arsch ne ja aber ich habe das aus dem Spawners bei dann ist das so dann lieben wir halt hatte der nicht die eine Folge weggenommen äh kommst du? ah doch ich bin jetzt auf Folge 6 wir holen uns den Pokal zum 10. Mal da ist ein Dorf ja ich nehme dich auf nein was denn? die Aufnahme ist nicht gestartet ich habe keine hä? wann ist die Aufnahme abgebrochen mit dem Schiss in der Gasbrust wir sagen mir nicht, dass die Aufnahme ist abgesperrt da hast du, hast du F3 an? ja die Aufnahme ist abgestürzt wann? bei wie vielen Minuten? bei bei 14.36 genau wie ich aufgeteilt habe ist die aufgestürzt dann starte sie jetzt wieder dann starte das zusammen ja ich habe ich dann gebe ich gleich Support und sagen, dass die da 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 abgestürzt ist ich kann dir auch von mir aus mein Videomaterial geben das packst du dann in deine Folge vielleicht ich war ja in dem Moment bei dir ich kann dir das Videomaterial schicken ich nehme dich die ganze Zeit hier auf ja die Frage ist halt, ob es dann halt weiter ist egal, da kann man es mal weiterlaufen ich stand ja die ganze Zeit hinter, die hat dich aufgenommen deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein du, außerdem fehlen vielleicht 10, 20 Sekunden ja dann schnall ich aber ganz kurz deine ne, wir fragen erstmal ob das ein Problem ist wenn ja fragen wir ihn, ob es geht, wenn man wenn man einen Teil von meiner Aufnahmen nimmt ja wäre nett, dann kriegst du halt einen Strike kann man auch nix ändern boah, ich hatte da runterfallen in der erste Folge mhm also ich würde überleben, meinst du, in der erste Folge die hast du in der ersten Folge, in der Fall 4 Schuh ja ja immer, jeder jeder okay wir könnten halt wir könnten halt actually spawn sein, ne? die 2 naja, wir können die auch vielleicht schon so ich werde die so hart boosbem, auch wenn ich gegen boosbem bin aber pro, vorn bis P3, das ist nicht so geil naja, war die Sache wir haben halt starken in den starken Boot ich habe ein starkes Schwert also ich hätte noch ein schwaches Schwert aber na, ich mock dir ich hab 3 halt so es macht keinen Schaden auf Full-P3 auf Full-P3 auf Full-P3 machst du ein halbes oder so deswegen will ich da zu Schapier gehen ich, ich mach, ich mach, glaube ich Digga also, gleich ne, 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 hast du auf den anderen Antworten ich mute einfach gleich den Chat, ne? ähm ich mach, ich, ich, glaube ich mach auf Full-P3 mit dem Crit 1,5 sogar oder 1 ja, baue ich halt und dann krieg ich einfach der Lava aus mit Lava-Crit und mach ich einfach ne, 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 ne Digga, denken die die denken doch auch also, denken die wirklich dass ich antworte, wenn die mich zuspammen? ja, ich würde sagen hat, war das dein Lickhänder? okay, sorry, Digga Pack an, das war jetzt irgendwie 7 oder so ne, 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 die können halt nicht da sein, nackt Atombombe einfach immer drauf gespannt sein, dass sie da sein könnten oh, wär lustig naja ich hab ein bisschen Fray-Blobs, ich weiß auch nicht warum naja warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich also wenn, boah, wenn meine Aufnahmen mitten im Fight Crash rauskommt halt aus, ne, das weiß er gar nicht dann deswegen hab ich immer OBS auf meinem zweiten Bildschirm offen gehabt damit ich direkt immer links gucken kann und dann immer austappen kann kurz im Fight kannst ja, äh, kann ich die ja bohsbam äh hm, können wir rein, komm aber man steht da jetzt das ist ja lustig ich würde einfach alle mit den Gaps wegschuggen, ne die sind aber sauer, die Pigments sind sauer ja, die waren hier, die waren hier aber nicht so auf uns, ne ja, ja, glaube ich auch, oder? nein, nein, die sind nicht so auf uns es gibt ja, es gibt ja die Pigments, die machen so Geräusche, wenn du sie schlägst und dann, und die machen die ganze Zeit Geräusche auch, also, du musst halt, also, wenn du die geschlagen hast, musst du halt fünf Minuten bei denen in der in der Reichweite sein und dann hör dir auf, dich zu jagen glaube ich wollen wir ihn links lang dann, oder, oder, oder rechts ist nix mehr Digga die die und der Karte auf die Jünger mit dem Weg der gauge getroffen nur wollen, die Gisläge nicht, wirklich nicht mehr morgen vielleicht weil ich die Gäste, ganzheit während das Läge gekägt wurde auf der Schiene ja, Nein ähm mhm mhm uff shit dicker wie soll mit Darlene runterkommen das Ich sag mal wo springen wir wollen sterben wollen wir runter Ja du kannst da rein dritt runterspringen ich sprüfe ich rum Du kannst da wirklich runterspringen Mh ne mach ich aber nicht Achtung Dicker springt einfach, er ist lebensmüde ja gut du hättest überlebt dich aber nicht m ja zum Glück hast du zum Glück bist du derjenige der Federfall 4 hat damit du nicht nochmal ein Fallschirm stirbst wir machen ja wie Low Engine jetzt Brot oder mh jaja auf jeden Fall also ist auf jeden Fall da ist das Ding ist das Repairn kostet das Repairn kostet gefühlt gar nichts mit dir ist ne mh jetzt du hast den End kannst du mir den Endschmerz geben mal hinstellen ich bin und kommt ein Klausel dieser sehr geiler wird auch doch von der Verhölzschwetter die Schlau aber er hat das Kelle und das neue Kassegurte 1 6 Eisen gehen und neulich Karten gab ich habe noch mal besterter 1 zwischen das sind ja immer mehr anbrechen Verboten sind schaden wird sich verpackt haben Das kann gut sein. Also Piggy ist ja wirklich eine der neufigsten Sachen, die es gibt. Die Geräusche nerven mich. Die ganze Zeit, der Geräusche nervt. Nice, Piggy ist auch. Dann Pratos, mach mir auch mal ne Eisenpäcke. Gut so? voll gesplasht so voll gesplasht manchmal gibt es so Momente, wo ich am liebsten in die Fresse steigen würde Willst du den Ambuster mal hier ausstellen, mit dem Block drüber am besten? Lack mal aus Ich spring jetzt aber auch in Lava Digga, wenn du das machst, haue ich dir in die Fresse, gib mir doch wenigstens Stuff Ich mag den... Kritox, moin Na, wie ging die Falten? Na, wie ging die Falten? Könnten wir sogar... Wenn du mehr... Weil, ich könnte gegen ihn ähnliche Können wir es doch mal drei Viertel P3 machen, dann können wir von mir ausgehen Wenn wir mal sind, die gleich bei uns, Digga So lustig Nö Ich würde es lustig finden, weil ich gleich P3... fast für P3 bin Was glaubst du? Was? Ich glaube aber nix, ich... sag die Wahrheit Digga, wenn ihr mal irgendwo Quarz sein würde Nö 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 Für den Kirby Einfach fragen, oder? Kannst du auch fragen, ja Kann ich denken, dass die übertrieben bestackt werden, ne? Ja Ja, stark Nö Nö Na ja Ist doch die Stimme, ne? Ist doch voll geil Immer wenn wir fighten wollen, will keiner Und wenn wir kein Fight wollen, dann will jeder Voll dumm Also entweder haben wir einfach alle Angst vor uns, weil wir einfach gut in P3P sind Witz jetzt Überhaupt nicht Oder einfach, weil ich denke, wir sind einfach zu stacked Denken einfach, dass wir wahrscheinlich Full P4 sind oder so Weil die wissen, dass wir einen Full End schon Mhm Also High End, nicht Full End Der hinten ist doch Quarz, also muss ich ganz weit weg Na, ich mach mir erstmal meinen HF P3 Gucke ich mal, ob ich noch einmal Brot bekomme, wenn ich Full P3 Wirklich keiner will fighten Auf einmal fragen uns vielleicht so Tim und so Digga, wenn wir Tim fragen, die werden locker fighten, also das ist wie der Full P4, Digga Ja, das sowieso Deswegen meine ich so Nee, nee, lass mal Boah, hier ist jetzt Ist eigentlich perfekt für mich so, weil ich hab halt überlebt ein bisschen Fall Damage Dass einfach das ganze Quarz einfach nur an der Decke ist, ne? Also unten ist alles abgefammt Weil einfach keiner hier unten was machen würde Musst du ein bisschen weiter weglaufen, ne? Ich hab ein bisschen Schiss, dass hier gleich jemand hinter mir steht Das wär jetzt nicht so geil Brauch noch 10 Level Ja, von der Höhe hab ich eineinhalb Herzen bekommen, Digga, also Geil wär ne Massenreck, aber das wär einfach komm der dumm hier in dem Varo gerade, weil sonst wären alle direkt tot Jetzt leben wir noch 42 Leute so Ja, aber die wären alle dann in der Mastricht tot Naja Weiß nicht, die alle gegen solche abschlachten Ich will ja auch, aber wir sind abschlachten Ich bin HF-P-4, äh, bin HF-P-3, also HF-P-4, Hilfe Was ist? Na, was? Hast du irgendwas gesagt? Ja, keine Ahnung, aber ich weiß nicht mehr was Stark, Pepe Lass mich Ne Doch Ne Doch, aber sofort Guck mal, weißt du, was' Ding ist, du könntest auch mit Nvidia, also GeForce Experience Aufnehmen, also mit Shadowplay Denn, is' so zu sein Ding ist, du siehst halt unten rechts, ob deine Aufnahme läuft ja aber im spiel siehst du das unten rechts warum habe ich kein deathrider mehr ich habe jetzt einfach der 1 buch drauf gemacht habe ich vielleicht habe ich halt das für 1 der geist mein bruder das geilste deutsch ever digger der macht gerade war er hat es gerade zu ihm gesagt mein bruder zu meinem anderen bruder gesagt macht gerade war rüdiger was labert er dieses deutsch von ihm das ist unfassbar halt aber die klappe man hört alles gar nicht so wenn wir in aufnahmen hört man es aber gerade weil ich schaffe das noch hat mal kanzler stehen lassen ich glaube denke dann muss doch noch abbauen ich habe nichts an zusammen ja habt ihr nämlich abgeschafft aufzubauen das schluss das war's mit der folge